Wow, erster Platz, wer hätte das gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Wahnsinn, Creative World, Komplettset, erster Platz. Vielen Dank für die Nominierung, vielen Dank für die Platzierung, vielen Dank an den ganzen Frech Verlag, das Team, das nicht nur das Ganze ermöglicht hat, sondern auch dieses wunderbare Produkt rausgebracht hat. Ich bin gespannt, was noch kommt. Vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal.